Hallo und willkommen zurück zu Stellaris und jetzt werden wir wohl die Avarian Union etwas militärisch erweitern, indem wir da reindüsen. Und dann hoffe ich mal, dass wir damit keinen Krieg noch von anderen Seiten auslösen. Wir wollen... Wir haben so viel. Wir wollen eigentlich alles. Rotanev und Juss. Es ist nicht proposierbar. Hä? Verstehe ich nicht. Wie soll denn das funktionieren? Oh mein니азыв. Vorauss Union Jerina Sch osoba. An deinerstrafe die Eidreifen von allen Seiten auslösen. Das hält mal so. Bum bumm. 2. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 7. 9. 12. FUSCHWUUUUUUUUUUU Upgrade äh Upgrade Jawoll Die schnellsten sind das ja nicht. Die schnellsten sind das ja nicht. Hm? Machen wir zuerst diese Space Station kaputt. Wo soll denn deren Armee sein? Sind die da hinten mit denen oder was? Weil hier in den dreien ist ja anscheinend niemand. Wo soll ich das vor sein? Wenn die Kabel nicht unterbrechen. Wo soll ich die Kabel legen? Wenn ich es nicht das herkabel esse und auch mir nicht auskそんな, Geh das an. Könnte man nicht auch irgendwie Okay Konstruktion Komplett Krauts Upgrades Mehr können die da auch gar nicht machen Postile Fleet Engaged Situation Login Updated Mhm Krauts Achso das waren die von eben Okay Was machen die denn da? Situation Log Updated Nicht viel Dann bomben Deals den Planeten zu Klump Dauert ja nicht allzu lang Mhm Construction Komplett Für Schroo Die müssen hier direkt das nächste Clearen Construction Komplett Die können erstmal nur abwarten für dich Oder die Clearen Naja ist zu teuer Abwarten Wo bleibt denn deren Flotte Äquivalent Ich seh da kein Äquivalent Dann war ein Ich seh da ein Oh Ich seh da Was ist das? Ja Und Dann war das Das ist es Einfach Das ist das Cruiser, Möber Carrier, ja. Die tun da aber irgendwie nicht besonders viel. Hostile fleet engaged. Ja, die sind ziemlich zerfetzt worden. Ich habe auch, naja, zwei Schiffe oder so wahrscheinlich verloren oder mehrere kleinere. Ja, Secured. Der ist nicht besiedelt. Die könnten theoretisch da wieder rankommen, aber ich glaube nicht, dass die allein so eine Truppe hätten, um das zu machen. Ich fliege einfach mal da weg und dann wieder zum nächsten hin. Ähm, das Construction Ship, das könnte ich hier mal reinschicken. So. Die dürften ja jetzt eigentlich sowieso nichts mehr haben, ja. Die können das nochmal ausbauen, das ist auch sehr schön. Okay. Wurscht. 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 was sie machen könnten. Die haben einiges, was sie machen können. Die sind auch noch am Wachsen. Dann bauen die einmal einen Powerplant. Und werden danach wieder eins clearen. Dann wieder einen Powerplant. Dann wieder eins clearen. Dann wieder einen Powerplant. Mika, die sind soweit durch. Die können das hier mal clearen. Die sind sowieso noch am bauen. Die Science Chips, die schicke ich da erst hin, sobald ich das komplett habe. was hat hier noch noch ein bisschen. Die Schipf hat die Schipf, den sie in die Schipf hingestellt. Die Schipf hat die Schipf hat aufgenommen, die Schipf hatte weil die Schipf hat es nicht so geflossen. Die Schipf hat die Schipf hat ausgenommen, Okay, aber nur hier. Der baut jetzt das Gate, ja. Mika! Ja, boi. Ja, boi. Mhm. Ich bin mir echt sicher, ob die Großen überhaupt irgendwas tun. Ja, boi. Ja. 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 Das war's für heute. jetzt kommen auf einmal andere schüsse an construction complete wenn die damit fertig sind kann ich die selbstständig machen das dauert aber noch eine weile damit kann ich jetzt überall hin springen er kann wieder nach hause ja die zusätzliche science von denen die macht jetzt schon so viel aus der ist immer noch nicht losgeflogen das war aber dann auch ein fehler dann werde ich auch das schiff mal ändern denn das jahr hatte glaube ich nichts gebracht nehmen wir das energie haben die genug zu viel sogar jetzt haben wir so fünf naja immer noch fünf zu viel okay die feierräte da kommen wir mal feierräte drauf so das ist ja den war drauf gefahren sind trust war mein eigener wo sie nicht gerade super arbeit leisten mit dem besiedeln die fliegen erst mal nur dahin whatever you claim we will reclaim thousand fold your victory will mean nothing when you have been reduced to ash victory okay bam bedingungslose kapitulation geht doch nicht hier sofort wieder okay so oh wir haben minus 70 ist aber nicht so gut da werde ich die alle in den sektor schließen bleibt mir auch gar nichts anderes übrig kann ich die in den sektor mit reinholen trobi sektor das müsste der uri sektor sein ja okay Ja, schön. Zurück nach Hause. Die können auch wieder irgendwo landen. Auf Trobby zum Beispiel. Ja, das war kurz und schmerzhaft für die. Haben wir noch ein höheres Cap. Ich muss auch fleißig jetzt wieder neu produzieren. Cruiser. Den habe ich ja jetzt umgebaut. Cruiser. Und die haben... Ah, die brauchen noch ein größeres Spaceport. Machen wir das auch. Die sind noch alle am Bauen. Wir könnten noch einen Leader anheuern. Größere Lifespan. Dann nehmen wir den. Ach, da hatte ich ja gar keinen neuen Sektor gemacht. Ne, macht nichts. Der Intelligente ist gar nicht mehr hier. Krass. Wie viel haben die denn Science Output? Ja, gut, das ist hier auf jeden Fall deutlich mehr. Jawohl. Die könnten dann hier aber auch noch das erweitern und da einen, ähm... Observatorium hinbauen. Was war unser... Dingsauftrag, äh... Meiner. Wann haben wir die nächste Wahl? Lohnt sich das noch, das anzufangen? 73. Ah, das könnte schon sehr knapp werden. Zumal ich die bisher gar nicht zusammen bekomme. Warten wir das einmal ab. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Gefallen auf Feathers. Ah, es ist leveled up in Gant Iron Fist. Aha. Ah, ich habe auch den Admiral ganz vergessen. Fällt mir so auf. Äh, Feathers of Red. Der ist im Moment gar nicht eingesetzt für irgendwas. Hm. Ich glaube, die Transport-Fleet, die kann da nicht mehr draufladen. Dann bringen wir die nach Shantar Praten. Partisan. Das Reparieren kostet ja schon ganz gut. Fertig repariert. Da werden jetzt so diese Schiffe, diese Dings ausgetauscht. Die Abfangenjäger. System Survey complete. Anomaly found. Aha. Schön. Machen wir. Und da haben wir ja auch noch dieses, äh... Konstruktion complete. Projekt. Äh, aber ihr wart doch meine Freunde. Eigentlich. Eigentlich. Äh, ja. Äh. 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 you Combined, Featheren, ah, wegen Threat, okay. Das, Confederacy, das sind die, Xanjur Successor, das sind die, klar, die waren das. Das sind nicht meine Freunde. Naja, ja. Schon okay. 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 So viel zu der Forschung. Lieder Experience Gain, kann nichts mehr experiencen. Ach ne, Moment. So. Gut, dass ich die auch nicht gefeuert hab. Observatory. Okay. Okay. So. The Relikt Erasian Cruises have been left forgotten for over a million years in close orbit around Mang 3. The slowly spinning vessel shows no obvious signs of weapon damage, and all escape pods remain accounted for. As would be expected, no power signatures can be detected from it within its hull. Situation log updated. Mhm, research. Situation log updated. Was kann der? Energy credits. Fortifier. Goodman X. Then haben wir hier. Research mandate. Okay. Research stations. Und ich kann außerdem... Spaceport, Build, Colony Ship... Besiedeln wir die Planeten hier noch. Mhm. 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 Oh! Oh! Mmm. Die sind ja nicht die glücklichsten. Wollen sie nicht. Na gut, nicht. Wir haben Angst vor euch, aber wir wollen keinen Frieden. Mika! Oh, den habe ich ganz übersehen. Nahrung ist ja eh genug. Auch mal platt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. 1. 2. 3. 6. 10. 11. 12. 13. 13. 11. 12. 13. 13. 5. 16. 18. 18. 18. Zweitens Artefakt Researcher werde ich hier erst noch die, ähm, die zeitkritischen Sachen wegmachen. Achso, naja, es ist auch quasi zeitkritisch, weil der Typ nicht mal lange lebt. Machen wir das zuerst. Construction complete Verschruh Cruiser 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 Verschruh 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 Theoretisch müsste man die irgendwie wegbekommen, aber es ist halt schwer zu machen mit diesem System hier. Also dass man die beispielsweise alle auf einem Planeten in so ein Reservoir steckt oder so. Denn wenn die jetzt rebellieren und sich wieder losbrechen, dann habe ich wenig gewonnen. Wobei die natürlich die Truppen wieder neu aufbauen müssen, aber... Naja... Nein, die haben das jetzt besiedelt. Ja, schade, war aber ja eigentlich abzusehen. Ja, schade, war aber ja nicht. Konstruktion kompliziert. Mhm. Der darf darauf siedeln. Der. 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 Ich. Ich. Wir haben den falschen... Und damit habe ich alle abgeschlossen. All of the specimens asked for by the Museum of Exobiology have been secured. The museum has grown to a massive facility, where artificial gravity generators and atmospheric processors are used to simulate the environments of over a dozen worlds. Visitors are journeying from all across the Avarian Union to see its wonders. 500. Naja, gut. Das ist... Zu dem Zeitpunkt, wo man das abschließt... Gut, bei mir hatte ich das Glück, dass nur eines außen war. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man das abschließt, ist es wahrscheinlich schon nichts mehr wirklich wert. 500. Bei mir macht es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel aus. 500, das ist halt ein Jahr... Noch nicht mal ein Jahr vor schon. Ähm... Ja, die haben ein Schiff gebaut. Also... Ja, geht's... Untertitelung des ZDF, 2020 Arid World Clone Army Clone Vets Are required for the creation of clone armies Wet-grown clones that reach adulthood in a matter of months With a natural lifespan of less than a decade Their lack of personal initiative is deemed an acceptable trade-off For their total obedience to officers Nehmen wir den hier Ach, die können das jetzt nicht mehr bauen Zwei Ich zieh das Science-Ship mal ab Und mach hier Survey Auch wenn mir das jetzt Forschung kostet Powerful Pop Factor You have Pop Factions with high support within your empire Hmm... Hmm... So... 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 Riots, Rebellion. Hm. Kann man jetzt wirklich effektiv nichts gegen machen. Hm. 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 Yusika. Hm. 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 Ist ja gut. Hm. 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 Kann ich jetzt leider auch wenig gegen machen. Hm. 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 Ja gut, die müssen ja... Die sorgen schon für ein bisschen mehr Geld, aber... Die müssen erstmal wieder was clearen. Damit die nächste Population wachsen kann. Weil der ja auch gleich voll ist. Ja, jetzt ist der gut. Fuck you. Oh. 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 Construction complete. Debris analysed. Mehr Geld. Gib mir mehr Geld. Wir könnten hier auch schon wieder neue Truppen bauen. Geld habe ich eh genug. Die haben keinen Anführer. Recruit. Wäre natürlich super, wenn man hier... Oh, da haben wir einen mit Science Output. Shanta Prime. Das andere war... Der mit dem Wald. Der hier. So. Planet den da. Construction complete. Lässt sich gerade nicht viel tun. Debris analysed. Mhm. Sehr aufflussreich. Auf zum nächsten. Und dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen. Und dann schauen wir... Beim nächsten Mal... Meine Freunde will ich eigentlich nur ungern umbringen. Da rein zu kommen ist ein bisschen... Wir könnten da einfach ein Gate hin bauen. Das würde schon gehen. Na ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.